Wo ist das ja auch geklappt? Hat er geklappt? Hey, gib mir die Bisse! Ganz ehrlich, ihr dürft doch nicht einfach, wenn ihr bei der Inno seid, aufeinander einkloppen. Was soll der Scheiß? Doch, es hat Spaß gemacht! Du kannst doch nicht einfach beide erschießen! Warum bist du mit der Crowbar auf mich losgegangen? Ich würd's wirklich gerne wissen. Was hab ich getan? Ich hab einfach irgendeinen Schiffen gesucht, der allein war. What the fuck? Er ist schon wieder gestorben. Also ich und Dario. Kann dir sagen, du lebst gleich wieder. Ja toll. Ich bin nie Traitor, das ist zack zu übel. Ich bin immer Traitor. Dafür bist du schon zwei oder dreimal Detektiv gewesen, da wär ich auch mal gerne wieder. Das ist so viel cooler eigentlich. Ich war auch gerne mal Detektiv. Ich war noch nicht Detektiv, also bitte. Ich war auch erst einmal Detektiv. Und da bin jeder guckt mich an. Da ist er schon wieder Detektiv, what the fuck? Also darf ich dich dieses Mal beschützen? Wie schaut's aus? Nein, ich traust du mir immer noch nicht. Es würde auch nie so sein. In dieser Folge, finde ich, bin ich irgendwie richtig gut rausgekommen. Also heute. Du bist rausgekommen hast du? Ja. Ja, genau. Ich mein, Renner auf Traitor oder Detektiv. Wär übrigens schön, wenn mir irgendeine Waffe für uns eine Waffe geben könnte, da ich Detektiv bin. Äh, Alex. Hier, hier, ich geb dir meine. Ja, hier, hier, ich geb dir meine. Und da noch ne Rifle und ne Trova. Ne, ne Rifle ist besser. Bitteschön. Nein, Kali, hau ab. Ich würd ganz gerne Waffen finden. So, draußen mir jetzt Dario, oder wie schaut's aus? Nein, nein. Alter, ich hab' dir mal ne Waffe gegeben. Das wir schon wieder einfach heiskalt angeschießen. Nein, nein. Beruhigt euch. Also, mach mal deine Hose auf. Was ist der Plan? Ist diese Leiche hier... Ja, du guckst auch nicht so an. Was macht deine Hose auf? Was macht ihr da? Ist diese Map dann... Leichentechnisch gesehen... Mapptechnisch oder... Ist die hier... Oder ist die hier... Oder ist die hier eine Leiche von irgendeinem Typ, den ich nicht gern kann. Okay. Okay, ich geh jetzt zu die Berge aus. Wenn ich tot bin, ist die Berge aus, ne? Okay. Das Bett ist so chillig. Da ist sie. Ja, ich bin bei Dario, wenn ich tot bin, das ist Dario. Ich hab mich in der Map festgepackt. Ist aber schade. Ich hab den Ventilator wieder angemacht. Was ist der Plan, Leute? Wo treffen wir uns? Was machen wir? Ich würde sagen, wir töten das mal an Dario. Ich schieße mal an Dario. Ich schieße mal an Dario nicht. Oh, Dario nicht. Oh, Dario nicht. Weckslaser. Ich hab ne Maus. Oh, wer? Schieß. Jemand feuert auf mich! Ich hab keine Waffe! Ich hab auch keine Waffe, irgendwie. Ich hab nur ne huge... Wer war das? Keine Ahnung. Der war hinter mir. Warum schießt du auf mich? Warum hat Kubi geschossen? Was zum Geier? Geht mit dir ab. Wer hat da geschossen? Der Kleine hat auf mich geschossen. Warum schießt du auf mich? Nein! Skepta! Ich wollte grad sagen, jemand mit ner Shotgun war's. Und dann hab ich da oben jemand mit nem Hut gesehen, der sich versteckt hat. Wer hat nen Hut auf? Warum hab ich bis jetzt noch keine Waffe gefunden? Das kann doch nicht sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber Alter, ihr hat eventuell nen Hut auf. Was? Ich hab nen Hut auf? Und? Ja, der lebt noch. Der, der, der ist einer der Traitor. Ich bin Inno... Alter Blacky, du machst nicht durch das, dass du mich verdächtigst noch verdächtiger, als ich mich verdächtig mache, dass er sich ablehnt, dass ich verdächtig bin. Diese Logik! Dario, du musst den kriegen. Du bist der Letzte, der noch ne Waffe hat. Alter, wer schießt auf mich? Ja, Alter, ihr! Das ist nämlich der Letzte, der sonst noch lebt. Achso. Nein, Blacky, du bist da... Warum krieg ich das nicht? Ja, ich hab keine Waffe! Es leben noch genug Leute, der einziger Tod ist bisher Kubi. Kann nicht sein. Laut malen. Laut, äh, Tab. Ja, laut Tab. Blacky, soll ich dir jetzt mal zeigen, wie man das macht? Lebst du noch, Peppy? Nein, guck mal. Sei still, du lebst nicht mehr. Lass mir nix vergeistern erzählen. Boah, ey. Allem Anschein nach bin ich der Einzige, der... Aua! Wo kommst du her? Das gibt's echt nicht. Hier liegt nirgendwo ne Waffe, ne? Dario, bist du noch am Leben? Ja. Gut. Der auch gerade irgendwie wird mir ein komisches Zeichen angezeigt. Zeichen? Und was? Hast du, Alter, eh erwischt? Nein. Aber wie wird's noch DNA-Zeichen die ganze Zeit angezeigt? Vom DNA-Scanner? Ja, keine Ahnung. Du läufst halt an vielen Leichen vorbei, vermute ich mal. Nö, das war... Ich glaube, das war der Killer. Wird dadurch doch angezeigt, oder? Aber jetzt bin ich selber gestorben. Und... Das ist schlecht. Und das hast du verraten. Das darfst du eigentlich nicht. Wie kannst du es verraten? Ich hab's eh gesehen. Ich seh seinen Detektiv-Hut, wie er da liegt, weiß... Auch so lange du noch kannst. Sind die Einzigen hier, die dich laden. Hahahaha. Alter, dabei ist das für eine nice Runde, muss ich sagen. Ja, das war echt sauber aufgeräumt. Ich hab gar nicht gescheckt, dass du das warst. Da war nur ein Typ, der auf einmal voll auf mich drauf geballert hat. Und dann war ich schon tot. Ich hab auch Radar, also wir könnten... Obwohl du was da bohr ist. Gold, Gläser. Bin gesehen. Herr, und kann ich meine Maus nicht mehr benutzen? Er solltet, ne der erste. Das wird eine ziemlich miese Runde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, ok. Miese Krise, Alter. Da, 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 da. Da würd mich ganz gern mal in der dicken Lampe stecken können. Mit anderen Worten, gehe ich jetzt nur noch gegen die Traitor an? Richtig. Hast du korrekt. Fantastisch. Sonst hätte er nicht so die Karten offengelegt. Ja, definitiv nicht. Warum kann Peppy eigentlich so viel reden? Genau, warum kannst du reden, Peppy? Oh mein Gott, lass mich in das Rumpfärm. Wow. Flippin' Fux! Töté! Töté! Es darf nicht weiterleben! Hat keine Muni. Töté! Okay. Laser! 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 Ihr könnt mich ja als Geister so ein bisschen unterstützen. Yes! Ich hatte nur noch 25 Punkte! Ich hatte nur noch 5. Sehr geil. Wuhuuu! Alex, ne? Ich stand hinter den Büchern. Ah, da kamst du. Okay. Ich hatte dich auch erst nicht gesehen. Ich hab gewusst, dass das der einzige Ort ist, wo ich zwei Traitor besiegen kann. Wir waren Traitor. Das war der einzige Platz mit 25 Punkten und einer schlechten Waffe. Und ich hab ihn mit 3 Punkten überlebt und gewonnen. Also, bitte. Ja, aber das waren zwei Traitor. Das waren zwei. Ja, sie hat in der Mausefalle gestorben gerade. Trotzdem bin ich direkt drin gespawled. Das sah cool aus. Chuck tot. Hm. Und das allergeilste war ja, dass ich keine Waffe hatte, bis Dario tot war. Dann hast du Dario rausgenommen, oder was? Ja, ich hab Darius Waffe genommen, genau. Das war die Rache des Detectives. Ich will jetzt endlich mal Detective werden. Dafür, dass ich nicht Detective wurde und Dario es schon wieder geworden ist, habe ich dann die Runde entschieden. Ich glaube, ich muss mich schnell noch irgendwo umbringen. Nein, zu spät. Ich komm hier nicht mehr hoch. Yes, ich bin Detective. So Leute, jetzt räumen wir das Feld auf. Ja, jetzt bin ich im Feuer gespawnt. Ist ein Scherz, ne? Hier sind zu viele Leute. Geh mal ein bisschen weg von mir, du. Geh mal, geh mal weg. Ne? Ehm, Black Laser, wo bist du gerade? Soll ich weg? Ich bin oben. Ja, bitte geh weg. Okay, ich geh weg. Ich muss mir erst mal Sachen kaufen. Geh mal weg, Detective. Oh fuck. Was? Ich hab grad Schalke wieder, weil ich an den Leiter gesprungen bin. Super. Also, ganz oben bei den Büchern. Oh, ich höre Schüsse. Dario, Dario, Dario. Ich wurde angeschossen von Dario. Okay. Alter. Oh, ne Waffe. Ich hab Dario zerlegt. Hi, Berto. Wer, wer, wer? Alex, mehr Schaden macht. Black Laser. Okay, Alex und Dario. Ah, der war Traitor. Komm mal, hier hoch. Dario ist schon hinüber. Hier, guck. Black Laser, Black Laser. Guck drauf. Ja, ja, ich hab gesehen, du hast deine Waffe weggeschmissen. Ist nice und alles. Ach so, ja, könnte ich vielleicht gebrauchen, hast recht. Nein, ich bin runtergefallen. Nachkampf ist vielleicht ein bisschen am Arsch, aber ansonsten. Da hinten ist gerade einer runtergefallen. Warte mal erst runtergefallen, dann haben wir doch jetzt schon drei Tote, oder? Ja, ne. Nur Dario ist tot. Sicher? Ich bin nicht so sicher. Ja, aber der ist vielleicht ein Toter und es wird mir nur einer angezeigt. Hm. Hey, Baby. Okay, auf jeden Fall würde ich jetzt gerne mal die... Also, den habe ich gekillt. Klar. Weil er Traitor war. Hochvermutlich. Fuck, 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 fuck. Yes. Haha. Geil. Fuck, fuck, fuck. So, tot. War meine geniale Deduktion richtig, Dario? Warst du Traitor? Ja, er war Traitor. Ja, klar war ein Traitor. Der steht auch immer. Der steht auch immer. Der steht auch immer. Meine winzige Frage. Schaut er echt überhaupt nach rechts oben? Das steht immer, wenn man einen untersucht. Da steht immer, was los ist. Ja, aber ich habe nichts untersucht. Aber kein... Ja, du musst ja nicht untersuchen. Wenn irgendjemand den Körper untersucht, sieht jeder diese Leiste da oben. Okay. Ne, habe ich bis jetzt noch nicht hingeguckt. Also, im Klartext... Aber Leute, genau so läuft es, wenn ich Detektiv bin. Ja, genau so. Der eine macht sich von hinten zufällig und der andere killt sich selbst. Weil er Angst vor mir hat. Nein, weil ich die scheiß Leiter nicht geschafft habe zu bieten. Das war nur... Das war ein Nebeneffekt davon, dass du Angst hattest. Das ist aus Angst runtergelaufen gestorben. Wieso sollte ich Angst von einem schwarzen Laser haben? Das ist Licht. Äh, Biru ist hier oben. Ja, korrekt. Mit mir zusammen. Ich bin Detektiv. Das ist gut. Dann bleib ich bei dir. Dieser werde ich nie... Ey, ich bin so oft schon Traitor gewesen. Ich bin... Okay, Blacky... Wenn ich darf. Darf ich? Wollen wir weg, Blacky? Ja, du darfst. Kubi? Biru, bleib mal da, bitte. 1, 4, 3, 2... Tiberius? Darf ich auch? Nein, du nicht. Okay. Weil du nämlich genauso wie der hier Traitor bist. Ja, danke. Ich war grad nicht da. Entschuldigung, macht nix. Entschuldigung, Kubi. Komm mal wieder zurück. Hast du denn eine Sniper? Ey, wer ist ein Detektiv? Soll ich? Gehen? Ey, wer ist ein Detektiv? Diberius. Diberius. Kubi war Traitor. Gut, ich wollte ja sonst meine grad geben. Ich stell mich als Unterstützung hin. Hä, was? Was? Diberius war... Mein Afer. Kubi war Traitor. Ich hab ihn getötet, weil er rumstand. AFK. Punkt. Das ist mein Spot. Punkt. Heißt, ich bin 100 Inno. Da kann ja auch meiner sein. Moment mal, Dario, hast du jetzt auch eine Rifle? Vielleicht. Wie viele Rifle gibt es hier? Krieg ich nen Hilfsdetektiv-Stern oder sowas? Nein, ich krieg's noch nicht. Ich krieg nen Hilfsdetektiv-Stern, weil ich hab Traitor-Klack gekillt. Shit! Shit! Bist du gut? Okay, ich untersuche, ich untersuche. Ich frage sie. Der Detektiv-Stern. Ich bin doch blöd. Bis das letzte. Bis das letzte. Bis das letzte. Missing Reim-Action. Na toll. Unser verdammter Detektiv ist die Schubladbe runtergesprungen. Er ist suizidal gewesen. Okay. Ein bisschen. Nein! Oh, scheiße! Ich hab's gesagt. Wie seht ihr alle fallen? Die Map ist scheiße. Sag doch bitte den Namen dazu, wenn irgendjemand stirbt. Dario, glaub ich. Moment. So, mal gucken, ob er ein Trader war. Shit! Moment! Also Blacky ist gerade gestorben, also kannst du noch Peppy oder... Ich bin's nicht. Ich bin... Ja. Ich bin hundertprozentiger Inno, weil ich hab'n Trader gekillt. Ohne Scheiß. Ja, ja. Ich bin auch Inno. Und ich kämp' jetzt deswegen hier halt dieser Schublade. Ja, du bist auch Inno. Natürlich bist du auch Inno. Wie ist er grad gestorben? Das kann... Das kann auch nur ne Sniper sein. Aber ich bin erstaunt, wenn... Wenn Dario ne Sniper hat, hatte ich ne Sniper. Bedo geht ne Sniper. Ich hatte keine Sniper. Achso, ich war nur erstaunt, wie viele Sniper gibt es auf einmal auf dieser Karte. Dario, du bist... Ähm... Ich mach' mal kurz den Ersatz, Detective. Äh, Kali, Peppy, wenn ihr euch gegenseit habt, ihr seht, erschießt euch bitte. Okay. Weil ich weiß, dass ich Inno bin. Das ist der Punkt. Ich weiß auch, dass ich Inno bin. Also... Das wird jetzt hier langsam so ein schrecklicher Western, nur dass das nicht 12 Uhr schlägt. Ouuuuuuuuuuuuuu Ach, da ist einer oben bei den Büchern. Der hat auf mich geschossen. Ok ... Wer ist'n das? Ja, oben bei den Büchern... Das kept' da, das kept' ich. Also, es ist Kali. Gut, Kali, danke, dass du uns gesagt hast, dass du's bist. Jo bitte. Hisbeth vive. Der hinkt oben bei den Büchern. Ach, da bist du. Einen hat er noch. Einen hat er noch, der braucht noch einen. Können wir mal so einen Geister-Talk machen? Wie sind die anderen jetzt eigentlich alle gestorben? Dummheit. Ja, ich wurde erschossen, als ich gerade auf Kawa war. Gleich, einen braucht er noch. Einen braucht er noch. Ja, schade. Ich wollte gerade eine Leiche untersuchen. Da wurde ich von hinten erschossen. Ja, 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 scheiße, das ist gut wie getötet worden. Ja, Massenopfern. Nice, Baby. Für den Blutgott. Für den Blutgott. Hammer. Also nochmal, es wird jetzt die Runde einfach, einfach durch, also weil er runtergelaufen ist, gestorben. Ich bin von hinten erschossen geworden, als ich eine Leiche observiert habe. Einer ist, einer ist auch runtergefallen, das war cool. Nee, wie gesagt, ich wurde immer noch AFK erschossen. Ja, ey. Das tut ihr nie jemand jemanden zuhört, ey. Ohne mit. Ich habe es versucht, aber es drehen zu viele auch durcheinander. Jetzt kommt die geile Map, ne? Yeah. Einer noch. Ah, du bist so ein Schwann. Biese, Drecksau. Ey, CubeSide, wie machst du das? Ja, wir haben ihn. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017